Oh, da haben wir doch schon das Erste! Wir haben ein... Leute, willkommen bei PokeLoss zu dem neuen Video und heute war ein kleines Jubiläum, das 100 Abonnenten-Spezial und hierfür werden wir einen Celebrations-Koffer öffnen. Ich habe hier von 20 Stück gekauft. Da gab es irgendwann mal einen Link auf Amazon, wo man einen von diesen wunderschönen Koffern für rund 30, 31 Euro kaufen konnte. Ich war gerade dabei, mir 100 Single Booster zu kaufen, was ungefähr 700 Euro gekostet hätte. Jetzt habe ich 20 von diesen Koffern. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich es mir mal hier irgendwo einblenden. Und in diesen 20 Koffern sind drin, wenn ich mich nicht irre... Was haben wir denn in einem Koffer drin? Moment. Steht da drin, aber ich glaube, ich hatte hier zwei schon mal. Wir haben in einem Koffer, hier steht es, Sex Celebration Booster, zwei zusätzliche Booster, drei Promokarten, die natürlich 20 mal identisch sind, können wir dann tauschen, eine Pokémon-Münze, vier Sticker-Sheets, das ist dann für meinen Sohn, ein Mini-Portfolio, um die Karten einzuordnen, also Mini-Binder, ein Notepad, Information-Sheet und natürlich ein TCG-Online-Code-Card. Also, sechs plus zwei macht acht Booster. Das heißt, wir haben insgesamt 120 Celebration Booster. Wir haben nochmal 40 Random Booster. Das heißt, insgesamt nochmal zwei extra Displays, wenn man es so sehen will, für auch insgesamt 620 Euro habe ich ungefähr, 620, 630 Euro gezahlt. Viel Geld, aber ich habe einfach Bock, jetzt mal einen zu öffnen als Spezial. Ich weiß auch nicht, wann ich die anderen öffnen werde. Ich hätte mal schon Bock, mal ein paar mehr Celebration Booster auf einmal zu öffnen. Auf der anderen Seite könnten wir die natürlich auch nutzen, um Meilenstein, die wir jetzt 100 Abonnenten zu feiern, dann 200, vielleicht dann 500.000 und so weiter. Wir schauen mal. Ich würde sagen, wir gehen rein, lassen wir gar nicht mal lange schnacken. Wunderschöner Koffer hier, sieht sehr, sehr schön aus. Und noch dazu natürlich den Koffer als Storage für die Bultkarten. Ich finde hier den Koffer richtig nice, mit dem Sohn wird hier natürlich auch noch einen davon bekommen. Der Geier hat da schon ein ganz kleines bisschen. Und wir machen den jetzt mal auf. So, hier geht's los. Das sind die wunderschönen Karten. Hier haben wir erstmal die Münze, die war schon ein bisschen lose drin, mit, das ist doch Pichu. Das sieht eher aus wie ein Pichu und nicht wie ein Pikachu. Sehr, sehr sweet. Ich gehe mal davon aus, dass die Münze immer die gleiche ist. Ist da eine Folie drauf auf diesen Münzen? Ne. Ich will jetzt hier nicht rumkratzen, aber es sieht aus, als ob hier eine Folie drauf ist. Aber nein. Keine Folie drauf. Wunderbar. Sehr schön. Und dann haben wir die Holo-Karten. Ne, Promo-Karten, nicht Holo. Holo-Promo-Karten. So, wir haben einmal Light Toxtricity. Ich mag dieses Pokémon sehr, sehr gerne. Allein die Farbgebung schon sehr, sehr stark. Sieht cool aus. Aber wie gesagt, das werden wir dann noch öfter sehen, wenn wir die anderen Koffer aufmachen. Wir haben einmal Hydreigon C. Auch sehr schön. Sieht sehr, sehr böse aus, das Artwork. Kann das Pokémon noch nicht so ordnen. Werde ich mir mal nach dem Video mal ansehen, was genau das ist, in welcher Generation und so weiter. Und wir haben ein Mimikyu. Mimikyu Holo. Auch super, super sweet hier. Schönes Artwork. Auch dieser goldene Rand hier. Ist wunder, wunderschön. Ich glaube, so weit sieht die auch ordentlich aus. Wir haben ein schönes Centering. Muss ich mal sagen. Oben, unten, links, rechts. Sehr, sehr nice. Und dann geht es natürlich weiter mit den Boostern. Wir haben einmal die Random Booster. Heute, ich gehe mal davon aus, dass die Random sind. Vielleicht nicht immer das Gleiche wie bei den Katzenzinssätzen. Wir haben Battle Styles und Vivid Voltage. Ich werde euch heute alles zeigen, was im Koffer drin ist. Bei den nächsten Koffern gehen wir dann ein bisschen schneller durch natürlich. Da gehen wir dann auf die Packs. Vielleicht mache ich die auch einfach auf und habe die Packs dann. Wir haben einmal die Kalkarte für euch. Bitteschön. Dann haben wir die Celebrations. Booster. Das Objekt der Begierde. Wir haben hier sechs Stück. Freue ich mich schon sehr drauf. Und wir werden heute im Übrigen auch einmal kurz auf Card Market vorbeischauen. Einfach, um uns mal einen Überblick zu machen, was gibt es denn? Was sollten wir vielleicht haben wollen? Nicht jetzt wegen den Preisen. Nochmal, ich werde jetzt noch die Preisen sortieren. Weil daran sieht man dann, denke ich mal, was am seltensten ist. Aber ich will da vor allem darauf dann gehen, was ist eben am seltensten und nicht, was ist am meisten wert. So, wir haben hier noch diesen schönen kleinen, ich packe ihn jetzt nicht aus, diesen Mini-Binder. Sehr, sehr schön auch. Hat was. Dann haben wir hier die, ganz viele Sticker. Da würde sich mein Sohn freuen. Vielleicht auch mal seine Kumpels in der Schule. Ganz viele 25 Jahre Jubiläum-Sticker. Und wir haben noch ein Notizseft. Das ist eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt nicht so der, der noch Stift und Papier nutzt. Aber ich habe zwei Kinder. Leute, das wird gebraucht. Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Noch mal eine kleine Instruction. Ich denke mal, für die, die den Koffer schon gehabt haben, ihr kennt es. Für die anderen, ich halte es hier einmal ganz kurz hin. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr das Video anhalten. Und das ist es. Und ja, schon haben wir hier diese wunderschöne Bulk-Storage-Box. Perfekt. Die werde ich auf jeden Fall brauchen für die nächsten Dispers, die wir aufmachen hier auf dem Channel. Von daher, nicht vergessen, Like da lassen, kommentieren und natürlich ein Abo auf dem Kanal kostenlos hinterlassen. So, wir fangen an. Ich würde mal sagen, wir fangen immer mit dem Random Boosting an. Battle-Styles, a.k.a. Kram-Stile, finde ich bis jetzt noch gar nicht so. Und Vivid Voltage. Ich habe übrigens noch kein Farbenschock-Display hier, gerade jetzt, wo ich das Video aufnehme. Ich hatte eins, das habe ich meinem Sohn gegeben, als sein zweites Display. Das heißt, ich muss mir hier erstmal nochmal einen Farbenschock kaufen oder zwei oder drei mal schauen. So, wir gehen rein in Kram-Stile mit einem Kartendrick. Natürlich, wir werden hier auf dem Channel immer Kartendrick machen. Ich habe keinen Bock und ich habe auch positive Resonanz bekommen in den Kommentaren. Die meisten feiern das. Car-Cole. Oh, cooles Pokémon. Die meisten feiern das hier halt nicht so schnell. Oh, oh, wow, ist das sweet. Sorry, dass ich mich gerade nur breche. Oh, das ist die andere Form von Morpeco. Das ist sweet. Ich liebe es. Sieht natürlich böse aus, aber ich liebe diese Form. Es sieht so cool aus. Ja, viele Feile ist, dass ich eben nicht so durchrusche und ich habe das auch nicht vorzuändern. Ich mache lieber mal, wenn wir irgendwann ein Boxbreak machen sollten, mal lieber nur zwei Displays, so ein Display, anstatt irgendwie fünf oder zehn. Auch wenn wir die vielleicht irgendwann, wenn wir mehr Leute sein werden, loswerden. Frillisch. Ich fühle dieses Rushen nicht. Auch diese Rip'n'Ship Streams, äh, äh, fühle ich gar nicht. Das schalte ich immer gleich weg. Falls euch das zu langsam hier ist, dann müsst ihr die anderen Videos schauen. Sorry, Cagnia. Sieht aus sehr, sehr, sehr süß aus. Hier schon im Sonnenuntergang, würde ich jetzt nicht mehr schätzen. Und wir haben ein River Solo Galarian Slowpoke. Und jetzt, haben wir einen Hit im Battle Size Pack? Nein. Aber wir haben ein Galarian Slowbro. Sieht ganz süß aus mit dem Slowpoke und dem Slowbro. Das Artwork hiervon sieht hammergeil aus. Schaut euch das mal an. Schön mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Der, ja, dieser lila-blaue Himmel und das Meer dahinter sieht sehr stark aus. Wenn es Cazin-Holo gibt, ich weiß es nicht, würde ich auf jeden Fall feiern. Aber Battle Steals, Battle Steals, Battle Steals, Battle Steals, werden wir natürlich auch neu öffnen auf dem Kanal. Aber zu gegebener Zeit. Aber ich denke mal, wir werden auch bald mit Pokémon Go anfangen. Das wird auch cool. Ich habe schon ein paar Sachen vorbestellt. Und das wird richtig stark. So, das Nächste. Vivid Voltage. Wir haben Feinerg. Wir haben Mai Tiena. Pin, Pin Surchin? Ich würde es mal sagen, Pin Surchin wird es ausgesprochen. Loudrath. Cooles Artwork auch hier. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Portal. Wir haben Drillboro. Ich habe schon mal gesagt, ich mag diese CGI-Bilder größtenteils nicht, weil man sehr, sehr cool. Dynamo. Nur Dynamo. Dynamo Dresden. Execute. Richtig cutees Bild auch hier. Wir haben ein Chatshot. Hat man schon relativ oft. Und wir haben ein Revers-Holo. Banat. Sehr schön. Sehr mysteriös. Auch ein sehr schönes Artwork. Gefällt mir. Und haben wir jetzt ein Hit. Haben wir ein Hit. Wir haben ein Garbador. Nein. Wir haben das Müll-Pokémon. Das Trash-Pokémon. Okay. So. Auch das Pack. Ja, aber mehr oder weniger Trash. Das ist es, was wir wollen. Und bevor wir jetzt hier reingehen, Leute. Abo da lassen und so weiter. Ihr wisst ja, wie es geht. Wir werden jetzt mal kurz reinschauen bei Cardmarket. Ich habe es schon vorsortiert. Es geht nicht um den Preis. Nochmal. Ich will nur, aber ich denke mal, anhand des Preises weiß man halt, wo kann man sich vorstellen, was ist am wertvollsten. Und wenn wir hier mal reinschauen. Ich muss mal hier auf den Bildschirm schauen, auch wenn es so aussieht, dass ich wett schaue. Wir haben hier schon mal zwei verschiedene Gluraks. Ich verstehe die Bezeichnung hier noch nicht ganz. Auch hier CL ist Celebration ist klar. BS. BS. Hier unten haben wir auch noch POS. XY. Ich weiß noch nicht genau, was es heißt. Aber wir sehen hier. So eine Gold-Glurak-Karte. Dann wahrscheinlich Regular Glurak. Mew. Sehr, sehr stark. Auch so als Gold-ATK-Karte. Dann haben wir eine Nachthara natürlich. Gold-Glurak-Karte. Shiny-Karpador. Mewtwo. Richtig stark. Zernias. Also das sind so die Karten. So, ja, die Chase-Karten, würde ich sagen. Raikwaza. Gardevoir. Kapufaller. Turtok. Ich würde es so feiern. Falls ihr es noch nicht wisst. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wegen meinem Bild und allem drum und drum. Turtok ist mein absolutes, absolutes Lieblings-Pokémon. Ist aber schon auf 5 Euro hier. Nur so wertmäßig. Dann haben wir Bisaflor. Pikachu. Celebration. Also das sind hier so die Karten, die wir gerne. Hätten. Und von daher würde ich sagen. Haffen wir mal, dass wir ein Glurak sind. Wir können das natürlich auch. Wir können das Serie daraus machen. Dann haben wir da Chasing Glurak. Oder die Glurak-Jagd. Ich muss ja auf Deutsch machen. Das ist ein deutscher Kanal. Lasst mich mal wissen, was ist eure Lieblings-Karte aus diesem Set. Muss ja nicht Glurak sein. Ich finde, klar, Glurak ist ein cooles Pokémon. Eins aller. Ein Lieblings-Pokémon von ziemlich so allen. Aber vielleicht machen wir auch ein bisschen overhyped. Aus seitens Pokémon natürlich. Die wissen natürlich, immer wenn ein Glurak drin ist, dann sind die Leute immer ein bisschen verrückter. So, wir lassen uns nicht beirren. Wir haben hier ganz viele Holos. Das wissen wir schon. Blue Gear. Oh, oh. Hatten wir schon. Da haben wir doch schon das Erste. Wir haben ein Bisaflor Venusaur. Let's freaking go, Leute. Sehr schön. Oh, Bisaflor. Oh, yeah, yeah, yeah. Auch super underrated. Finde ich. Oh, wie geil ist das denn. Gleich im ersten Pack heute. Sehr stark. Und wir haben noch Professor Research als Holo. Die ist neu. Die hat man noch nicht. Aber hey, Leute. Oh, die Coke habe ich ganz vergessen. Sorry. Einmal hier für euch. Wir haben ein Bisaflor aus der Celebration. Wie nice ist das denn. Sehr, sehr, sehr stark. Ich liebe diesen Background. Das sieht so stark aus. Ich finde es cool, wenn die Pokémon selber auch noch ein bisschen glänzen würden. Aber hey. Ich werde es einsleeven. So, das wird natürlich einmal schön eingesleeved. Und wir haben den ersten Hit des Tages. Sehr schön. So, und wir gehen ins zweite Pack. Werden wir noch einen Hit ziehen, Leute? Was meint ihr? So, einen schönen Glorak. Ich finde, ehrlich gesagt, rein vom Artwork, das ist Mew. Das finde ich sehr, sehr stark. Das ist ja auch so die drittbeliebteste Karte. Auch das Gold Pikachu sieht ganz cool aus. Ich bin jetzt kein Fan von diesem alten Artwork. Auch wenn das super gehypt ist. Aber lassen wir mal schauen. So, Lugia. Mal wieder. Wir haben Grudon. Und wir haben Kyogre. Und zu guter Letzt ein Saki-NV. Hatten wir auch schon. Immer noch eine schöne Karte. Aber hier erstmal nichts Neues. Und die Kaukarte für euch. Findet ihr, dass die 30 Euro es wert sind, in die Kaukarte zu investieren? Viele sagen ja, das ist eins der besten Sets in der Schwert-Schild-Ära. Kann ihn noch nicht beurteilen. Dafür habe ich zu wenig geöffnet. Aber ich glaube dann natürlich einfach mal den Experten. Wir haben einen Reshiram. Ein Lugia, wie immer. Und wir haben eine Trainerkarte. Hier kommt Team Rocket. Team Rocket. Holo. Sehr schön. Habe ich jetzt nicht gesehen hier in dieser Aufstellung. Aber für mich neue Karte. Auf jeden Fall ein Hit. Und wir haben ein Mew. Es ist nicht die Mew-Karte, die wir uns gerade angeschaut haben. Aber es ist ein Mew. Es ist ein Mew. Freunde. Sehr schön. Und es sieht sehr, sehr, sehr stark aus. Seht daran, wie schön es glitzert. Sehr nice. Von daher, neue Karte. Ebenfalls ein Hit. So, wenn wir jetzt nochmal einen Hit ziehen aus den letzten drei Packs. So einen richtigen nice Nitz. So ein Natara, ein Glurak, ein Mew. Was haben wir noch? Ein Pikachu und ein Kapodor. Kapodor wäre auch nice. So, wir fangen ja an mit Ivelte. Ich mache ja keinen Kartendrick. Ich glaube, Kartendrick macht hier keinen Sinn. Wir haben ein Xerneas. Das, glaube ich, hatte ich auch noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, für mich ist es neu. Auch wenn es die reguläre Sammlung ist. Wir haben ein Dialga. Und wir haben eine Lunala. Und die Kaukarte. So, hier haben wir einmal... Ich glaube, Xerneas ist neu. Aber kein großer Hit. Und wir haben noch zwei Packs. Leute. Drückt mal den Daumen. Drückt mal auf diesen komischen Like-Button. Es soll ja helfen, habe ich gehört. Wenn ihr jetzt auf den Like-Button drückt. Genau jetzt. Ihr habt noch drei, vier Sekunden. Dann kommt ihr was Schönes. Also, ich gebe euch noch drei, zwei, eins. Und schauen wir mal, was nach Grudon und Zickern kommt. Ein Palkia. Aber wir haben noch eine. Professor Research. Nochmal. Die hat man gerade. Vielleicht habe ich euch nicht lange genug Zeit gelassen. Wahrscheinlich ist es für das letzte Pack. So, wir haben ein Palkia. Können natürlich auch die Code-Karte gewesen sein. Ein Dalgier. Dialga. Ich sage immer Dalgier. Ich weiß nicht, warum. Kosmoim. Und letzte Karte für heute ist... Ein Lunala. Okay. Dann, heute. Wir haben einen Hit. Also, wir haben auf jeden Fall einen Hit. Und zwar das Bisaflor. Freut mich extrem. Sieht sehr geil aus. Ich würde sagen, es werden noch bessere Koffer dabei sein. Aber das Bisaflor gefällt mir absolut. Und dann haben wir auch noch Xenias als neue Karte. Das Mio als neue Karte. Wir haben noch die Trainer Team Rocket Karte als neue Karte. Und natürlich dann noch die drei Promokarten. Die wir natürlich nochmal ganz oft sehen werden. Weil die sind in jedem Koffer identisch. Aber ich würde mir sagen, es ist okay. War auf jeden Fall ordentlich. Ich freue mich super, super über dieses Bisaflor. Okay, Leute. Das war es auch schon. Das war der erste Celebrations-Koffer. Es werden noch einige Folgen. Ich denke, es werden auch noch bessere Folgen. Ich weiß nicht, das war es nicht perfekt. Aber hey. Wenus war richtig, richtig cool. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar da. Sagt mir, was ihr auch mal gerne wieder auf dem Kanal sehen würdet. Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht unabhängig von dem TCG noch ein paar Fun-Videos zu machen. Mal schauen, welche Namen ich kenne und so weiter. Da gibt es ein paar nette Apps, Chris-Apps. Wenn euch sowas interessiert, lasst mich wissen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Paul Kilos. Tschüss.